Bayern-Kandidat? Thar denkt nicht an Wintertransfer. In der Winterpause empfängt sie Bayer Leverkusen aus der Spitze der Bundesliga. Nach meinen bisherigen Eindrücken ist die Werkself definitiv ein starker Anwärter auf den Titel. Für den FC Bayern wird es eine besondere Saison, bis er gegen die Rheinländer antritt. Die psychologischen Spiele könnten bereits begonnen haben, zumindest am Freitag kursierten Gerüchte über Jonathan Thar. Gerüchte über Interesse seitens der Bayern Laut Bild-Podcast Bayern Insider hat der Nationalspieler die bisher beste Saison seiner Karriere gespielt, was auch dem Rekordmeister aufgefallen ist. Wie wir alle wissen, ist er auf der Suche nach einem Verteidiger, der nach Möglichkeit auch auf der rechten Außenbahn spielen kann. Thar passt eindeutig in dieses Schema. Doch selbst wenn die Bayern den Wechsel ernsthaft in Betracht ziehen würden, werde der Wechsel im Winter nicht zustande kommen, wie der Fernsehsander Sky berichtete. Für Leverkusen ist es kein Problem. Schab hat da nicht die Absicht, sich von Leverkusen zu verabschieden, die große Hoffnungen haben, zum ersten Mal in der Geschichte die Bundesliga zu gewinnen. Ohne eine gültige Ausstiegsklausel im Januar dürften die Verantwortlichen das Interesse der Münchner ablehnen. Zumal die beiden anderen Stammverteidiger Odilan Kosano und Edmond Tapsoba voraussichtlich zum Afrika-Cup reisen werden. Es ist schwer vorstellbar, dass die Bayern ein Angebot machen, das die Rheinländer nicht ablehnen können. Niedrige Entnahmeklausel im Sommer Noch spannender wird es im Sommer, wenn da eine Ausstiegsklausel hat. Dieser soll sich auf lediglich 18 Millionen Euro belaufen, womit der Nationalspieler deutlich unter seinem eigentlichen Marktwert erworben werden könnte. Dann wäre es nicht verwunderlich, wenn der FC Bayern seinen Hut mit den Hamburgern in den Ring werfen würde. Die Konkurrenz dürfte jedoch hart sein, da viele der besten englischen Vereine bereits daran interessiert sind, ihn zu verpflichten. Die starke Form des 27-Jährigen in der zweiten Saisonshälfte und bei der EM könnte dazu führen, dass er weiterhin im Rampenlicht steht. Die starke Form des 25-Jährigen in der zweiten Saisonshälfte und mit der zweiten Saisonshälfte schon weitergeht.